So, so langsam wird's ja hier. Alter, mach den doch mal jemand fertig. Du Idiot. Echt, dieses Fahrstuhlding ist echt... Pff. Nee. Warum? Zack, da, schon wieder. Leben niedrig. Weil der... Weil die aus dem Fahrstuhl fallen. Ja. Ehrlich, ich glaub, ich reiß die Fahrstuhl gleich ab. Die Fahrstühle sind echt Schrott in dieser Version. Ehrlich. Die sind zu nichts zu gebrauchen. Und dieser Bogenschütze trifft kaum. Los, mach weiter. Zombie ist gleich tot. Baue Steinwall. Nein! Du! Da, da, da! Könntest du vielleicht einen Steinwall bauen? Dahin, bitte. Steinwall bauen. Yay! Hier auch ein Steinwall hin und da ein Steinwall hin. Äh, und da kann er leider keinen Steinwall hinbauen, weil da der Fahrstuhl parkt. Äh. So, ja, das, äh... Ist doch schon mal besser jetzt. Nee, 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 du. Nee, Rüstung haben wir sonst auch nicht. Nein. Könnte mal irgendjemand diese Schweine hier... Und hier, vielleicht... Vielleicht mal weitergraben irgendwie irgendjemand. Keine Ahnung. Sieht sich keiner dafür zuständig. Ja, ich werde angegriffen. Genau, weil wir hier ein Schwein schnetzeln. Vor allen Dingen sind die Steinwelle auch verschwunden. Die sind nicht etwa irgendwo gedroppt. Die sind einfach weg gewesen. Puff. Normalerweise, wenn jemand so einen Steinwall zerdeppert, dann, ähm, die spawnen die. Also, nein, andersrum. Die, die spawnen nicht, sondern... Ja, da, 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 da. Genau. Echt, du bist so eine Flitzpiepe. Teckt das überhaupt nicht, dass da, also... Was greifen die jetzt an? Das Schwein. Also, als ich das Spiel noch mit The X-Story aufgenommen habe, da hat es weniger geruckelt. Hatte ich so den Eindruck. Kann nur sein, dass das seit dem Update so ist. Ich weiß es nicht. Es scheint irgendwie mehr Performance zu brauchen. Ja, sag mal, bist du... Geht doch. Ja, richtig so. Mal gucken. Bögen. Alter, ich hab kaum noch Werkzeug. Das kann ja wohl nicht angehen. So, machen wir mal zwei Spitzhacken. Und zwei Silber-Äxte. Und wo ich schon dabei bin, kann ich ja auch gleich mal Silber machen. So. Aber noch Stahl, Goldbarren, Mithril, Ziegel. Wie viel Mithril haben wir eigentlich noch? Elf. Naja, gut. Das geht jetzt. Das ignoriere ich mal. Hm, da ist noch einer. Na? Und einen weiteren Bevölkerungswachstumsschub. Ja, die haben alle nichts mehr. Weil ich nichts mehr habe. Ich habe keine Rüstung mehr. Äh. Der hat noch nicht mal mehr einen Hut auf. Okay. Waffen habe ich auch nicht mehr. Hier. Du kriegst eine Muskatblüte. Na gut. Bogenschütze. Ja. Hm, hm, hm. Ach, der ist Magier. Sag das doch. Wo ist eigentlich mein toller Magierstab hin? Weg. Toll. Der ist wahrscheinlich in den Abgrund gefallen. Wie so viele andere Sachen. Gäste. retch. Wolf. Bis zum nächsten Mal.